Loch 8, Paar 4, Handicap 5 Ein schweres Dogleg nach rechts mit einer nicht einsehbaren Drivezone. Der perfekte Abschlag wäre ein langer Drive mit einem Fade zwischen dem einzelnen Baum auf dem Fairway und dem Wald hindurch. Das Grün liegt auf einem erhöhten Plateau und man darf gerne zwei Schläger mehr einkalkulieren, um es im Flug zu erreichen. Untertitelung des ZDF, 2020